Oh nein, da hast du wie lange für gebraucht? Oh nein, da brauchst du sehr viel Freizeit haben, um mir da überhaupt Gedanken wieder zu machen. Ich hatte letztens aber auch mal Birken gehabt. Ähm, ähm, Darklets Reviert? Ja. Du wirst nicht haben gesprochen dabei. Ja, ich auch. Ich auch. Den hast du nur selbst gesehen. Na toll. Tja. Wir haben das alle dabei. Ich mach mich mal vom Acker. Ja, sie. Oh, shit. Ich kleb sie gut. Ich hab die so schön weggesneaked. Mann. Wow. Komm, wir machen mal hier irgendwie. Und so. Nein. Was? Bloodfavor. Bloodfavor. Ja. Habe ich mich eben erschrocken, ey. Oh. Oh. Oh, scheiße. Tunnel. Proof. Fuss. Toxic. Ich steh auf den Büchern. Hm. Ich steh auch auf Bücher. Kann ich sprengen? Nee, kann ich nicht. Nein, Pain Resonance. Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Ich weiß nicht. Also ich hab ja Saboteur dabei. Die Distortion ist bei mir angegangen. Sie hat grad nachgemacht. Sie hat grad neue Exe geholt. Aber sie sieht niemanden von. Nee. Ich hab knallen gelassen. Und ich bekomm grad meine Distortion-Stacks wieder. Weil ich hier direkt hier oben steh noch, wo der Jen gemacht wurde. Mhm. Sie ist gerade direkt an mir vorfeil gelaufen. Wenn das so ist, dann nehm ich die nächste Runde auch mit. Kriegt Heartbeats, sie ist bei mir. Auch seit direkt da draußen. Also ich dachte sie wär noch bei euch, aber... Nö. Hallo, Seth. Hallo. Fast Hillstein. God Palage. God Palage steht noch. Tschüss! Oh fuck, ich kann die Palette ja nicht nutzen. Fuck! Bist du unten? Da wo ich... Da wo ich liegt, ist ein Blender auf 8 Cent. Sie kickt den... Sie kickt die Jenny. Die Jenny? Ich gucke gerade, ob ich das blöde Totem finde. Ja shit, wie wird dich da rübertragen? Aber gegen Huntress ist es sowieso doof. Warum sollte ich die... Hier ist direkt ein Haken gebraut drinne. Seit wann denn das? Kein... Kein Bam... Kein Bam... Kein Bamboo... Achtung, sie legt... In diesem Raum hab ich doch noch nie einen Haken. Die haben das Haken-Placement geändert. Sie hat sich Nachschub geholt, aber sie hat mich nicht gesehen. Hihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihi... Was so ein Patch alles... Alles für negative Fallen, die Antiquities. Joa. Siehst du um bei mir? Und lädt meine Distortion wieder auf? Das ist natürlich auf deinem Web sehr angenehm. Die Metapie? Nee. Ich bin in der Vivo. Mann! Okay. Alles in Ordnung. Geh weg. Ich hab' dich nicht gesehen, by the way. Ah, fuck it. Du klingst gerade, als würdest du auf dem Klo sitzen und hättest praktikalisch gegessen. Nein. Wieder das eine noch, das andere. So sehr freuen tue ich mich nicht, normalerweise, wenn es Splannard reinkommt. Naja, ich würde dich beglückwünschen zu deiner erfolgreichen Verdauung, ne? Also, ist ja nicht gut. Hier, das sind komische Themen, wisst ihr? Was? Sie kommt hier. Scheiße. Sie geht hoch. Sie geht hoch. Das ist ein richtiges Scheiß-Thema. Ja. Hast ihr den Schrank geguckt? Ganz schön dünnflüssig gerade. Nee, ich hab' meinen Testorsen noch. Meine Fahne. Äh, mag jemand herkommen? Ja, ich mach' meinen Gin grad fertig. Ich hab' nur so begrenzt Zeit. Also, ich... Ich versuch's vor ganzem Jolo ist rein. Sie ist oben. Was? Sie geht wieder zurück. Sie geht zurück. Sie geht zurück. Sie ist über-über-über Sett. Ich hab das tot im Grund. Dann lauf, 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 lauf. Wohin? Genau da. Oh! Ich deck Sepp. Sag Bescheid, wenn ihr hochkommt. Sarah, meine Richtung. Ja, gut, warm, warm. Okay, Sepp, lauf. Nein, nein, nicht heißen. Oh mein Gott. Ach so, warum renne ich dir da überhaupt die ganze Zeit hinterher? Mann, bin ich blöd. Sie hat sich extra geholt und sie hat übrigens Iron Maiden. Sie geht geradeaus von mir dem Gang entlang und kommt dann wahrscheinlich hoch zu den Heilenden. Genau. Ja. Das ist egal, Felix lebt noch. Versuch, dich mal zu retten. Mö, sie geht mir hinterher. Ey, ernsthaft? Nur noch ein Gen so go, die taucht hoch jetzt. Ja. Geht mir nichts. Woo! Ja. Sarah, wo links oder wo? Da wurde scharf geschossen. Komm mal hier an die Seite hochfallen. Mensch, Ivorwippsch, das kann aber ganz schön klappen. Ey, ich zentler hier. Nein, 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 lass. Du bist half, äh, du bist gett und hoch. Du bist hoch. Nee, nee. Du hast nach links geworfen, werde ich nach rechts gegangen. Ey. Dieses fucking Spiel, ne? Ist doch einfach da tänzen und so. Ja. Und Chiefbox. Ich hab bloß Zeit, ich ging halt zum ersten Mal. Wir heilen uns gerade und dann holen wir euch. Ja, tut alles gut. Oh, die Schuhe. Ja, Killer lags auch. Hm, der Pings hat aber nichts an. Ist doch, kurzzeitig war immer mal zwischendurch noch was zu sehen. Mal eben Download angeschmissen. Wir haben die Hooks hier geändert. Guck mal, ich bin hier in den... Wurde auch mal Zeit. Also, die, äh, Dead Hook Zone auf Midwitch, die war ja immer, mäh. Ich gehe rechts rum Richtung Felix. Ja, weil jetzt gerade... Ja, sie hat sich extra geholt. Können wir hier durch? Sie ist bei mir. Oh, je. Krass. Also, sie hat eigentlich keinen Grund wegzugehen bei mir. Logisch. Sie ist hier bei mir. Nee, sie geht wieder weg. Ja, sie kommt zurück. Ist hier oben oder unten? Ach, da hin. Oben. Bei mir. Ich gehe weg. Ja. Ich fürchte, ich werde runterge... ...kämpft. Noch ein Vent to go, ne? Ja. Ist ja denn irgendwo noch einer? Ja. Ja. Scheiße. Komm, dass man mal in die Ecke... Jo, the fuck, was war das eben? Wäre ich einfach mal runtergesprungen. Sie haben jetzt halt zum Abhucken gerade. Ja, ich bin... Ist ja keiner da. Doch, ich fände gerade wieder hoch. Ach, da. Danke für den Leader-Buff, Sepp. Bitte. Sarah, das wird hässlich. Lauf. Welche Richtung hinter uns? Nee, da lang. Weg. Sie geht auf mich. Dann. Du draußen bist du dann. Bist du diese... Ja. Ja, ich bin mir sicher. Ich bin ja erschöpft. Kacke. Das wollte ich nachschub. Geht den Gang entlangfällig, so kannst du dazu bleiben, da. Nee, jetzt kommt sie raus, sie kommt raus, sie kommt raus. Ja, wer hat's doch wohl gerne. Nee. Sie draußen? Nein, sie jagt mich. Du kannst laufen. Sie draußen sind gemäß hinter dir. Komm, wir gehen draußen an den Jender, da war Felix dran. Nice. Schöne Ballette. Oh, je. Ich hab' den Schleimhäzen. Ich geh' drauf, aber ich hoffe, ich verschab' einen noch so viel Zeit, wie ich kann. Wir sind am Jender, an dem du draußen warst. Ja. Krass. Es gibt mir da, ist das nichts. Nee, eine muss ich noch fahren. Ja. Willst du nachhaken? Ja. Dann gehst du da hin, ich geh' hier hin. Okay. Ist noch einen mehr. Oh Gott. Sie hat mich verloren. Oh, mein Arm ist wirklich da drin gewesen. Will dich nicht mehr, würde ich nicht mehr sagen. Kurz. Nee, das Tor schon hat geregelt. Sie ist in der Nähe. Ich hab' keine Ahnung, wo sie ist. Nee, ich auch nicht. Nee. Mein Tor ist gleich offen. Gleich offen. Gleich offen. Gleich offen. Oh Gott. Oh Gott. Ich muss mal raus. Äh. Ja. Wo ist sie? Bei mir. Ähm. Auf der rechten Seite. Da, wo der, ähm, Käfig oben drüber hängt. Ich muss kurz hören. Ähm. Sorry. Ja, ich komm hier nicht mehr raus. Ja. Blood one. Blood one. Ernsthaft? Ja. Ich hab'n Puppen verloren. Ich geh jetzt sowieso. Dann geh raus, Felix. Ja, wie gesagt, Blood one. Ich geh' drauf. Zwei gegen zwei. Unentschieden. Oh boy. Ich glaube, mit Distortion habe sie echt geärgert. Ja. Das war gegen sie jetzt. Ja, eigentlich der beste Puppen. Und roll'n Handfest. Das heißt Terror. Ja, ja. Ja. Blood one. Ja. Mhm. Warum spielen heute so viele mit Blood one? Ja. 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 Ich hör' auch irgendwas. Ich bin im Keller. Keine Ahnung. Oh wow. Ich seh' euch. Hi. Ich hab' dich auch grad gesehen am Counter. Hi. Hi. Ab. Ich hab' mich nicht gesehen. Spiritus. 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 Wie denn? Hab' den gehört? Spirit. Ja. Ja, ich hör' sie auch. Und irgendwo in deiner Basement. Ich hab' keine Ahnung, wovon du redest. Ich hab' da was gehört. Ich bin mal kurz in die Richtung eingebogen, weil... Ah, hier ist ja keiner Eingang. Hi. Ist hier unten auch irgendwo Gens? Ich bin oben an einem, wenn man den Keller vom Keller hochgeht. Hallo. Sie hat ja die Bibliothek aufgemacht. Ist da noch ein dritter Platz? Nee. Spirit kommt jetzt und nimmt den anderen Platz. Ruin. Geht mir hinterher. Ich hab' das Ruin hier direkt drinnen, Conny, wo ich reingelaufen bin. Wo bist du reingelaufen? Direkt an das Haus daneben. Da ist das Ruin. Oder das Haus in den Raum. Was? Ich hab's. Ich hab' noch den Anführer von, von Zemp läuft. Hast du noch? Ja, ja, ich hab noch. Ja, der hält auch 15 Sekunden. Ich häng' gleich. Und zwar genau jetzt. Vorsicht. Ich hab' mal refreshed. Ähm. Nein, das war da wohl nicht Ruin. Es war aber ein leuchtendes Toten, was jetzt weg ist. Glückwunsch dazu. Aber ich... Felix hat gesagt, ich soll's weg machen. Jo. Felix, ich weiß nicht, ob ich zu dir hochkommen möchte. Ich bin hier. Ich bin hier. Ja, nicht falsch. Ich höre Staubsaugen. Apri! In meiner Nähe. Ist hier irgendwie was? Gerade mal hier. Nee, hier ist auch nicht. Ich hab's gefunden. Ich versteck mich auf dem Klo. Bist du hinter mir? Hab' ich auch immer gemacht, wenn ich nicht sozialisieren wollte. Doch, sie ist hier. Ohhhh. Nein, in dem Schrank ist niemand. Der geht weg. Head on! Geh weg! Hab' ich nicht dabei. Yay! Los, verzieh dich. Geh dahin, wo es geknallt hat. Ohohoho, wow! Hier ist ein Gens. Yay! Einmal tunneln. Ich hab' ne Toolbox. Ja. Ich hab' mein BNP jetzt für den Ruin-Gen rausgehauen. Ich bin so. Hier ist ja noch ein bisschen progress drin, ne? Sucht nicht. Dann sind ja aber quasi schon mal drei Ports da. Genau. Ich kann mich lange suchen, hoffe ich. Sonst Sounded Grounds hat's jetzt fast gar kein Value rausgespricht. Gar keinen. Und sie hat jetzt eine Minute für das Gatekeeper Emblem bekommen, aber... Typisch. 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 Ja, das war ein sehr gl enemies. Typisch gut. ist das – Spitz her-chubend – und das wie die kürzeste Robespierreel der Welt von den Ärzten oder so kamen? Oder von Wowele Petry die längst. Okay. Augen zu und durch. Was tust du? Sie legt mich in die Mitte, mit ich mich doch auch hier aufhängen können. War hier nicht ne Haken? Soll's geopfert werden. Sie hat dich da in den Kreis gelegt, ja? Du bist? Du bist? Nein, daneben. Sie hat mich neben den Kreis gelegt. Ah, dann krabbel rein, damit sie es gehört, Mensch. Das ist, ähm... Wo ist sie? Oder will sie farmen? Und will das jetzt damit quasi... ...echtentlich machen? Mich vertraut, das Kind. Nur seit Felix hat sie ja aufgehängt, ne? Ich bin auch ne Mac. Oh, da ist er. Die hat bestimmt Rancor oder sowas. Oh, deswegen nein. Und ich bin Obsession halt. Ja, deswegen ja. Deswegen musst du gleich mal gucken, ob du ihre Aura sehen kannst. Ja, Moment. Grad liege ich auf ihrer Schulter. Sie hat Barbecue. Das Torschen ging grad an. Das Torschen? Sie hat das Torschen, ja. Ich wollte dir sagen, das Torschen geht. Sie hat meinen Jem getreten. Ja, sie kommt hier... Sie geht wieder in das lange Torschenzimmer, da glaub ich gerade, hinter mir. Aber super hab ich gewusst. Das ist der Torschenzimmer. Hat gleich jemanden Zen an? Ne. Ja, nein. Ich hab knallen lassen. Es buchtet. Nein, es ist gleich das Hälfte. Hm. Sie steht da am Ende des Ganges. Das ist bei mir. Ne. Ich hatte den Zen auf 90. Ja, ich hab ihn gelassen. Ist egal. Ich wollte die Runde ein bisschen anspruchsvoller machen. Ah ja. Ich hab ihn gelassen. Weil's ja auch nicht einfach nur in den Spirit ist. Und dann auch mitgeutsch. Besucht mich. Mein Zen ist breit, hatte. Hat mich nicht gesucht. Hat sich weggewuscht. Ich hab die Gottpenny geschmissen. Ich hab die Gottpenny geschmissen. Ich hab gepanickt. Es tut mir leid. Genau da ist der andere Zen. Sepp, jetzt aufpassen. Jetzt aufpassen. Ja. Dies wäre aber. Okay. Dann müssen wir noch nichts mit den Torschenzimmern. Tja, vielleicht hat sie auch das Tor schon. Ja. Oh Gott, ey. Ich bin hier. Wo bist du? Oben oder unten? Ich bin oben. Ich bin oben. Oh Gott. Wo bist du? Bei der Mitte vorhin gekommen? Ja. Oh Gott. Ich bin nicht hier und wenn da so fliegt. Nee, so nicht. Keine Ahnung, wo noch ein Brenn war. Und beim Klo? Da hab ich mich schon versteckt. Ich geh down. Lang genug? War das mein, wenn der angegangen ist bei der Treppe? Nö, hier unten ist einer auf 90%. Ja, das ist meiner. Bei der God-Pellet. Genau, das ist meiner gewesen. Ich hab Adro. Nice. Ich mach's doch trotzdem weg. Sie geht rechts von mir an das Tor. Also in die Richtung zumindest. Ich glaub ich hab's gesehen. Oh, ja. Vorsicht. Ach Gott. Die God-Pellet ist ja weg. Hab ich gesagt? Ich hab gepanickt. Das tut mir leid. Entschuldigung. Gib mir hinterher. Sarah, komm zu mir. Sepp, mach schon mal das Tor auf. Genau, oder? Nee. Danke. Ich häng jetzt. Mach nicht, ich hab... Geht links von mir weg. Wer auch immer da am Torrad dran ist. Ja, ich... Ich mach jetzt mal das Tor hier auf, dann hol ich dich Felix. Jo. Ich geh dann. Ich hab ja... Sprint. So. Mhm. Mykonomisch. Hilfe. Nein. Die Pallette kriegst du in dein Gesicht. Das musst du schon kaputt machen. Ich mach ganz aufhärben. Ja. Ja. Gerne. So. Was ist man jetzt mit dir? Was ist man jetzt mit dir? Fähst du nicht mehr? Hallo. Hallo. Aua. Sarah, bist du schlecht? Du weißt nicht, wo das Tor ist. Unter hier. Ah, das ist ja nicht das falsche Tor. Ich dachte, du hast das hier ausgemacht. Nee. Du musst einmal rüber. Ich komm dir nicht. Das Torschen. Das Torschen geht nicht an im Endding. Das schaff ich nicht. Wo bist denn du? Ach, da. Ich hab gedacht, du kommst über die Mitte. Sie jagt mich raus. Sie sind mir hinterher. Nein. Oder? Nein, sie. Also ich steh am Tor, aber ich bin halt. Okay. Ja, ich bin da, ich bin da, ich bin da. Komplett unsichtbar muss sie dann doch. BT Base Kit. Lauf. Da in die Richtung. Da lang. Genau. Hier. Ja, genau. Ja, komm, ich weiß wohl. Die Tore sind aus der Twitch. Wir sind auch innerlich. Ne, war doch nice. Hat ihr Pudding nichts gebracht? Ja doch, doppelte Blutpunkte. Aber ich hab letztlich gedacht, das wird ne richtige Kack-Runde, weil wir alle Blutpunkte geschmissen haben. Ich hab mich nicht einmal gesehen. Neu. Ja, bis zum Schluss. Ja. 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 Ja, das ist dein Problem. Richtig. Ja. 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 Ja.